Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal SkorpionPlays, Leute. Ja, die Gamescom ist vorbei, ich bin wieder zu Hause und das bedeutet natürlich die nächsten Tage wieder ordentlich viel gestreamt. Ich bin gerade auch komplett kaputt, also ich bin richtig, richtig, richtig kaputt. Ich bin auch wie immer nach jeder Gamescom krank geworden. Es ist immer so, weil man hat so viel Kontakt zu Menschen. Vielen Dank an jeden, der natürlich da war, mit dem ich ein Foto gemacht habe, etc. Ja Leute, ich habe was Neues, Abartiges gefunden und ich dachte, ich muss mit euch gemeinsam darauf reagieren. Das muss die Menschen einfach sehen und wir schalten mal um hier in die andere Sicht. Ja Leute, also wir haben hier einen Kanal gefunden, also sein Content besteht daraus, die besten Fortnite-Ärsche zu präsentieren. Und das fand ich so lustig, also so lustig, wie jeder das im Internet sich wieder rumtreibt. Das haben 8400 Leute abonniert. Deswegen dachte ich, wir müssen uns unbedingt anschauen, was Fortnite Best Asses für uns zu bieten hat. Und wenn man das hier schon sieht, dann weiß man schon wieder, das war es wieder komplett, Leute. Okay, gucken wir einfach mal dieses Video hier an. Was passiert da? Moment, ich schiebe mich mal kurz hier rüber. Also diese epische Musik, ich weiß nicht, ob ich das Lied benutzen darf. Wir machen es mal auf stumm. Okay, also, dieser Kanal bestrengt sich jetzt wirklich darauf, diese Sachen zu zeigen. Ist es nicht sogar ein männlicher Skin? Oder gibt es ihn auch als Frau? Also, oh nein, er macht ein Abo-Special, Leute. Er macht ein Abo-Special. Das war es wieder komplett. Falls du einen vernünftigen Kanal abonnieren möchtest und das noch nicht getan hast, kannst du mich natürlich gerne abonnieren. Ja, ne Spaß. Aber Leute, was ist, also ich hoffe wirklich, hier stehen sogar die Keywords, die verboten sind, alles klar. Ich hoffe wirklich, dass dieser Kanal von jemandem betrieben ist, der das lustig meint, der selber darüber lacht oder sonst was. Aber das war es ja wirklich komplett, Leute. Der Kanal steht daraus, das hier zu machen. Der tanzt in slow-mo. In slow-mo. Ich habe ja auch schon mit Sonny immer so Witze gemacht über diese ärschenden Folgen, weil die immer so übertrieben sind. Aber er tanzt hier, lädt das hoch. Ich will die Kommentare unbedingt wissen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. 12-year-olds who are too scared to go to Porn-Up come here. Das ist echt lustig. Oh mein Gott. Bro, I already come like five times. Okay, da er das alles liked, vermute ich mal, dass er es auch als Troll-Mind, der Kanal. Ich liebe diese Art von Kontan, zu krass hier. Leute, Alter, das kann ja nicht wahr sein. Das ist halt wirklich zu krass, Mann. Ich habe sogar richtig Angst, dass manche sich ein... Also, dass manche es wirklich machen. Ich habe Angst, dass manche sich darauf einwixeln. Und das ist jetzt hier von den verschiedenen Skins, oder? Oh nein, Fortnite Bright Bomber Ass. Warte mal, das ist ja unglaublich. Oh nein. Oh nein, das ist jetzt jedes Mal so. Er geht in den Kino-Mos, lässt den Skin in-Game tanzen. Alter, was ist das jetzt? Okay, das ist jetzt nicht mehr Slow-Mo. Und die kriecht da auch, oder was? Oder ist das nur... Der hat sich extra ausknocken lassen. Der hat sich extra ausknocken lassen, Leute. Nein, ich kann es wirklich nicht fassen. Ich kann es wirklich nicht glauben, was ich da gerade sehe. Ja, ja, ja. Oh, hier ist sogar Sonny's Arsch. Also, vom Sonny-Skin. Also, Leute, das ist halt... Ich komme nicht klar, Leute. Ich meine es ernst. Das ist halt wirklich krank. Also, ich kann es nicht glauben, dass ich... Um mal die Story zu erzählen, warum ich dieses YouTube-Video jetzt hier gerade mache, Leute. Ähm, ich habe eben gerade auf dem Sofa gesessen, weil ich bin, wie gesagt, eigentlich krank. Und ich wollte eigentlich gar kein Video heute unbedingt machen. Aber ich lese ja diese Seite 9-Gag, ne? Also, jeden Tag seit 2012. Und... Das ist halt so... Ich habe diesen Post gesehen über diese Fortnite-Ärsche. Und ich wollte mich wirklich davon überzeugen, ob das wirklich wahr ist. Deswegen sind jetzt auch keine Cuts in dem Video. Das ist eine Start-Stopp-Aufnahme. Keine Arbeitestcheck in diesem Video, ne? Sag ich auch gar nicht. Aber es ist halt wirklich zu krass. Der entscheidende hat er auch einen Strike schon mal bekommen. Okay, der hat er wohl mit einem Video anscheinend komplett übertrieben. Das war es wirklich komplett, Alter. Okay. Maybe it's time to stop, my brothers. Er hat richtig... Er hat richtig seinen Kanal auf... Er will das nicht verlieren, wisst ihr, was ich meine? Das Gute ist, alle Videos, die jetzt hier sind, sind nicht gestrikt. Dementsprechend kann man darauf reagieren. Sogar Renegade. Ach, Mann. Ich komme nicht klar, Digga. Also, wenn es wirklich jemanden gibt, der es hier durchgezogen hat. Warte mal. Fortnite ist hart. Das ist jetzt auch... Okay, das ist wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen darauf reagiert und so. Alter, Leute. Also, das ist ja wirklich... Ich komme nicht mit dem Kanal klar. Keine Sorge, ich werde dieses Video jetzt auch nicht auf 10 Minuten strecken oder so. Ich wollte einfach nur mit euch gemeinsam diesen Kanal entdecken. Das ist zu krass, Mann. Hier sind einfach die verschiedenen Skins mit den verschiedenen Erschen. Also, wer sich das reinziehen will, der kann es gerne machen, Leute. Ich würde sagen, ich bin schon wieder raus für heute, damit ich mich auch ein bisschen schonen kann. Ich vermute mal, wir sehen uns entweder. Vielleicht streame ich nachher noch mit letzter Kraft. Ich weiß noch nicht. Sonst war es wahrscheinlich morgen. Bis dahin. Haut rein. Lasst ein Liked. Und ciao, ciao.